Und was, wenn wir wegfahren? Urlaub machen, wie normale Leute. Was ist das für eine Schrottkarre? Du bist ein Lada. Du spinnst doch. Seit ich klein war, hat mein Vater mir beigebracht, dass die Welt schlecht ist. Hast du schon mal gefickt? Was? Aber ich bin nun mal nicht so und ich kann auch nichts dafür. Tschau, tschüss, mach keinen Scheiß.